ASV-Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Diesen Sommer soll Sturm Graz Interesse an einer Verpflichtung von Miro Muhheim gezeigt haben. Allerdings hatten sowohl der Hamburger SV als auch Muhheim selbst kein Interesse an einer Trennung. Der Spieler hatte eine Ausstiegsklausel in Höhe von 5 Millionen Euro, die Ende Juni auslief. Nach Ablauf dieser Klausel muss jeder interessierte Verein individuell mit dem HSV verhandeln. Muhheim bleibt somit weiterhin Teil des HSV-Kaders. Beim Amtsantritt von Stefan Kunz als Sportvorstand erhielt er vom Aufsichtsrat das Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga innerhalb von zwei Jahren zu schaffen. Kunz hat jedoch seine eigenen ambitionierten Pläne und möchte bereits ab der Saison 2025-2026 in der Bundesliga spielen. Dies berichtet der Kicker und unterstreicht damit den ehrgeizigen Ansatz von Kunz, den Erfolg schneller zu erreichen als ursprünglich vorgegeben. Am heutigen Morgen berichtete das Hamburger Abendblatt, dass ein Transfer von Erenkan Yardimci aktuell nicht zu realisieren ist, da er zu teuer ist. Solange der HSV keinen neuen Stürmer verpflichtet, haben die Nachwuchsspieler Stange, Balde, Silla und Yalcinkaya eine Chance, sich zu beweisen. Trainer Steffen Baumgart sieht zudem in Nehmet keinen geeigneten Backup-Stürmer. Am Abend kamen jedoch neue Informationen ans Licht. Laut Sky-Experte Florian Plettenberg versucht der HSV derzeit alles, um Davi Selke zu verpflichten. Der Hamburger SV arbeitet intensiv an diesem Transfer und es laufen bereits konkrete Gespräche. Der 29-jährige Stürmer, der zuletzt beim 1. FC Köln unter Vertrag stand, ist ablösefrei zu haben. Selke kann sich einen Wechsel nach Hamburg vorstellen, allerdings gibt es noch keine vollständige Einigung. Gestern stand unser Team gemeinsam mit der U21 auf dem Platz und das Training ist im vollen Gange. Um das Niveau der U21 anzuheben, wird sie zukünftig öfter mit der Zweitligamannschaft zusammen trainieren. Diese Maßnahme soll eine engere Verzahnung zwischen der Jugend und den Profis schaffen. Ziel ist es, den jungen HSV-Spielern den Schritt in Richtung Profimannschaft zu erleichtern. Durch die gemeinsamen Trainingseinheiten sollen die Nachwuchsspieler wertvolle Erfahrungen sammeln und sich schneller an das höhere Niveau anpassen können. Das Gerücht um eine mögliche Verpflichtung von Georgi Gocho-Leishvili wurde nun von verschiedenen Medien bestätigt. Laut Berichten der Mopo und Liga 2 steht der Rechtsverteidiger von Shakhtar Donetsk im Fokus des Vereins. Die Gespräche über einen Transfer des 23-jährigen Spielers, der als laufstark, dribbelstark und schnell beschrieben wird, scheinen sich zu konkretisieren. Gocho-Leishvili, der auch für seine präzisen Flanken und seine Kampfbereitschaft bekannt ist, könnte das Team bald verstärken. Junus Akgün wird nicht zum Hamburger SV wechseln. Galatasaray hat entschieden, dass der Nationalspieler nicht in der zweiten Bundesliga spielen soll. Neben sportlichen Gründen spielte auch der finanzielle Aspekt eine entscheidende Rolle, weshalb sich die Verhandlungen in die Länge zogen. Galatasaray forderte allein eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro und war nur bereit, eine Ausstiegsklausel oberhalb der 8-Millionen-Euro-Marke einzubauen. Diese Bedingungen erwiesen sich für den HSV als untragbar, wodurch der Transfer letztlich scheiterte. Gestern gab es eine traurige Nachricht für alle Hamburger Fußballfans. Laut dem Hamburger Abendblatt wird Horst Rubesch nach der Saison 2024-2025 aufhören und in den Ruhestand gehen. Der langjährige Trainer und ehemalige Stürmer hat diese Entscheidung getroffen, um sich nach einer beeindruckenden Karriere aus dem aktiven Fußballgeschäft zurückzuziehen. Rubesch, bekannt für seine Verdienste sowohl als Spieler als auch als Trainer, hinterlässt ein bedeutendes Erbe im deutschen Fußball. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.